Hallo und Willkommen, ich bin Amka3 und wie ihr seht, ist es natürlich noch mal Zeit für Warframe. Und ja, wie ihr vielleicht deutlich erkennen könnt, der Revenant ist aufgeschlagen mit Update 23.5.0. Und wir werden uns in diesem Video folgende Dinge reinziehen. Erstmal werden wir natürlich gleich einen Weg finden rüber zum Markt. Mal gucken, was man da so alles erwerben kann und welche Bundles es da so gibt. Dann werden wir uns natürlich live und in Aktion mal den Revenant uns ansehen, was er so tut und macht. Vor allem auch seine Knarre, die er dabei gekriegt hat. Und ja, wir werden natürlich heute noch das Update selbst uns reinziehen. Wir werden womöglich sogar schon die ersten Punkte ansprechen, wie ihr an den Kollegen überhaupt drankommen könnt. Weil tatsächlich ist da gar nicht wirklich eine Quest mit verbunden. Sondern eher so eine Art, ich möchte beinahe sagen Schnitzeljagd vielleicht in den Planes. Aber dazu gehe ich mal in einem anderen Video womöglich ein bisschen genauer drauf ein. Aber zumindest wir anfangen können für den Kollegen. Darauf gehen wir hier auch noch ein. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. So, aber bevor wir fertig sind, sollten wir erst mal anfangen. Deswegen, auf zum Markt! So, und das wären jetzt die Sachen, die neu sind am Markt. Ah, da gibt es natürlich hier diverse Bundles und natürlich die Option, auch Sachen einzeln zu kaufen. Und man muss sogar ein Besonderes scrollen. Es gibt auch was für den Covered. Aber bevor wir uns das alles reinziehen, gucken wir uns erstmal den Kollegen selbst an. Und da wäre auch schon der Revenant hier mit einem großartigen Zweihandschwert zu sehen. Und ja, auf dem Berg von Leichen stehend. Und da werden wir auch mal gleich einen Blick, wie gesagt, draufschmeißen, wenn wir erstmal ihn in Aktionen sehen. Und natürlich gucken wir uns vorher auch die ganzen Skills mal hinten im Arsenal noch ein bisschen genauer an. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr den auch direkt, wie gesagt, gegen Platinum kriegen. Ohne jetzt lange irgendwelche Aktionen in Plains of Island zu veranstalten. Dann haben wir natürlich hier noch so einen separaten Helm, den wir erwerben gehen können. Das ist so ein alter Alternativhelm für den Kollegen. Hm, hm, sag ich jetzt einfach mal. Und dann kommen wir zu der Phantasma. Tatsächlich ein Sentient-Schrotgewirr, wenn man so sagen möchte. Allerdings ist es in Wirklichkeit eine Strahlenkanone. Und dafür braucht ihr eben Meisterschaftsrang 9. Und ich scroll am besten schon mal gerät drunter. Denn diese Waffe hat zwei verschiedene Arten anzugreifen. Einmal Primärenfeuermodus und natürlich sogar einen sekundären. Und der Primär ist einfach nur, ja, wir schießen natürlich mit einer Kursie von 100 durch die Landschaft. Wir haben nur eine Crit-Chance von 3% um 1,5-fach Multiplier. Okay, also wie geht ihr auf Crit-Bauen lohnt sich bei der Waffe nicht wirklich. Wir haben eine Feuerrate von 12, aber nur eine Magazingröße von 11. Das heißt mal, bevor die erste Sekunde Runde ist, könnte ich beinahe sagen, ist das Ding schon alle. Ist aber nicht wirklich der Fall. Aber es sieht fast so aus. Sieht fast so aus. Aber es ist eben eine Strahlenwaffe deswegen. Naja. Reload zeigt 0,5 Sekunden. Das ist mal wirklich fix. Eine Starter-Chance von 37%. Aber wie immer, es ist ein Schrotgewehr, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen dabei mit den Zahlen. Aber ja, ein Eintrush-Schaden von 25 und 50 radioaktiver Schaden. Das hört sich im ersten Moment nicht so wahnsinnig toll an, aber glaub mir mal, ich hab's schon probiert. Es ist toller, als die Zahlen im ersten Moment einem Glauben machen. Und dann natürlich haben wir noch einen sekundären Feuermodus, den ich am Anfang vollkommen unterschlagen hab bei der Waffe, bis ich mich selber damit gekillt hab. Und zwar, erkoren Sie von 100. Wir haben eine Charge-Rate. Also wir müssen mal kurz warten, bis das Ding aufgeladen ist. Und dann können wir es auch festhalten und können sagen, oh, jetzt schieße ich es ab. Und zwar braucht das 0,55 Sekunden. Okay, das geht. Also eine halbe Sekunde. Gut. Dann haben wir eine Crit-Chance von immer noch 3%, immer noch 1,5 Multiplier, aber eine Feuerrate von 2. Das ist schon mal besser. Natürlich, Magazin bleibt gleich, Nachlade und Status auch. Und vom Schaden her reden wir dann von Einschlag-Schaden, nur noch 15, aber 73 radioaktiver Schaden. Und deswegen hab ich mich auch selber gekillt, weil ich hab das Ding gegen die Wand abgefeuert. Und wie gesagt, da waren ja Mods drin, deswegen, das war ein bisschen zu viel Schaden, der da rumkam. Aber es ist ein sehr tolles Teil, den wir auch gleich kennenlernen. Und ich hab schon fast festgestellt, mit diversen Mods, die uns eigentlich schlechter machen, wird diese Waffe großartig. Weil wir haben dann wirklich ein strahlend Schrotgewehr. Ja, zum Gänge füllen, möchte ich mal sagen. Total toll. Aber da gucken wir gleich drauf. Ach, das ist die, das hab ich ja fast vergessen. Natürlich könnt ihr diesen Plan direkt vom Markt kaufen. Also ihr müsst jetzt nicht forschen irgendwo gehen. Ihr müsst quasi nur hier hingehen und sagen, hüp, 25.000 Credits. Und müsst natürlich mal wieder zwei Argon-Kristalle anschleppen. Und Sentient-Cores. Hm, intakte. Mhm. Also auch in die Plains of Ireland. Oder auf den Mond. Wo immer ihr hingehen wollt. Das sind ja die billigsten Kerne immerhin davon. Dann hätten wir die Vitaler Armor Bundle, was wir uns hier nicht ansehen werden, weil ich denke, mit dem Arsenal wird es gleich ein bisschen besser gehen. Und zu guter Letzt, das gucken wir uns am besten hier wirklich noch an. Nämlich den, äh, Kasha-Covered Armor. Ja, und so sieht er aus. Muss man sagen, er hat so einen Sentient-Look eben gehabt. Und natürlich wie immer, oh, die Katze kann tatsächlich mal vorne rausgucken. Ich hätte jetzt fast gesagt, dieses Kopfteil verhindert, dass die Katze wieder gucken kann. Aber nein. Es ist kein Helm des Mutes für die Katze, sondern tatsächlich kann sie was gucken. Und es hat mal, naja, sofern sie eben wo reinchargen will, so eine Art Horn vorne dran. Aber zumindest ist es eine Rüstung, die ich Rüstung schimpfen wollen würde. Schon mal nicht unbedingt verkehrt. Schön, schön. Und wenn ihr das Ganze mehr oder weniger zusammen haben wollt, gibt es hier oben natürlich die Revenant Collection. Mit mehr oder weniger allem dabei, was man haben möchte vielleicht. Eben die Rüstung für den Kavad. Natürlich den alternativen Helm. Die Knarre. Natürlich der Warframe selber. Und das Rüstungsset. Alles zusammen. Da ist auch nichts Spezielles sonst drin, was ihr nur mit der Collection kriegt. Das ist wirklich nur alles. Weil ich eben mehr oder weniger gezeigt habe, ist hier einfach mal mit bei. So, das wäre jetzt meine Optik übrigens gewesen. Eben mit seinen Flügeln und diesem, ja, mit diesem abgerissenen Syandana-Teil auf dem Rücken. Okay. Tun wir kurz eine andere Optik wählen. Weil das hier wäre nämlich der gute Revenant eben ohne extra Animationsset, was er ja durchaus equippen gehen kann von sich. Mhm. Er hat wirklich einen sehr speziellen Look. Wirklich einen sehr, sehr speziellen Look, muss man schon mal sagen. Vor allem hätte jetzt dieses Gewaber hier oben, was so ein bisschen aussieht, wie ein Bart am Kopf hätte. Und das wäre jetzt die Optik eben mit dem Vatala-Rüstungsset dran. Und eben dem, ja, alternativen Helm, den er haben darf. Muss nur sagen, es sieht schon sehr fett aus. Vor allem auch dieses Teil hier vorne. Also, ob er so vorne hier so... Es sieht fast aus, als ob er hier so ein Teil hier, wie so ein Klopfer von der Tür hätte. So ein Metall dann irgendein Stück weit. Wie dem auch sei. Aber auf jeden Fall, die Schultern. Die Schultern, man könnte gemein sein, die Schultern sind fast ein bisschen groß für ihn. Mhm. Bisschen. Bisschen. An den Beinen hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Deswegen habe ich auch andere Teile bei mir gewählt. Aber, ja, so sieht der Kollege eben nun mal halt mit dem alternativen Helm aus. Vor allem, hier ist hier oben das Gewaber, ist ein bisschen, naja, ein bisschen viel, ein bisschen hoch. Als ob er hier so, als ob er hier eine neue Sturmfrisur gerade hätte in irgendeiner Form. Mhm. Aber ansonsten schon nicht verkehrt. So, ich wäre schon mal rübergewechselt zum Simularkrum, damit wir uns die Sache hier ein bisschen genauer ansehen können. Gerade von seinen Skills her und natürlich gleich seine Waffe. Aber gut, was hat er denn als passive Fähigkeit hier unten in der Ecke bekommen? Und zwar jedes Mal, wenn sein Schild Null erreichen sollte, werden alle Gegner um ihn herum eben zu Boden geworfen. Hm, werde ich jetzt sagen, warum der Schild runter? Ist das wichtig in irgendeiner Form? Ein Stück weit schon, weil dieser Warframe kriegt unverhältnismäßig viel Schild, aber nicht unbedingt so wahnwitzige Mengen an Lebenspunkten. Ja, das durfte ich auch schon mal testen. Das ist da so schon ein, ich sag mal mehr als deutlicher Unterschied, möchte ich einfach mal gerade sagen. Gut, und was ist seine erste Fähigkeit? Damit tun wir eben Gegner quasi, ja, verzaubern, möchte ich beinahe sagen. Also schon mal so ein Debuff geben. Und wenn wir das zweimal benutzen sollten auf den gleichen Kollegen, dann wird er umgedreht und er kämpft für uns. Und jeden Typen, den er dann schlagen sollte, dreht er quasi mit der Zeit auch um für uns. So weit, so gut. Sollten wir ihn dann auch killen, macht er, äh, verwandelt er sich quasi in eine Art, ja, Sentient-Flammsäule, wenn man so will. Und er macht dann 1000 Schaden pro Sekunde da, wo er gestanden hat. Mhm, das Ganze hält allerdings auch nur 3 Sekunden, beziehungsweise die 3 Sekunden, glaube ich, die ist nicht dann für diese Übernahme, sondern so lange wie dieses Teil auf dem Boden danach hält. Ja, gut, gucken wir uns aber noch gleich ein bisschen genauer an, wie lange das genau hält oder ob da wirklich eine Zeit dran steht. Das werden wir da gleich also genau sehen können. Dann haben wir noch Messmaskin. Äh, mehr oder weniger ist es so eine Art wie vom Enthrall, also die erste Fähigkeit, so eine Art Aufladung, die wir als Rüstung tragen. Und jeder Typ, der uns schlagen sollte, kriegt sozusagen hier oben eine Aufladung und wird kurz betäubt. Das ist gar nicht verkehrt, weil dadurch lebt man plötzlich deutlich länger. Dann hätten wir hier Reef und das ist einfach mehr, wie war das, wir tun als eine Art, ja, Sentient-Energiewand durch die Landschaft düsen und dabei eben von den Gegnern Lebenspunkte und Schild den abziehen und uns natürlich selber geben, logischerweise. Und das sieht ein bisschen komisch aus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so geplant war. Das sieht wirklich aus, als wir als Rauchwand durch die Landschaft ziehen. Vielleicht ist aber auch ein Anzeigefehler am Ende des Tages. Gucken wir mal danach mal. Diese Rauchwand oder dieses nach vorne schnellen ist übrigens eine Sekunde lang, dauert das nur. Und wir ziehen ebenso, wie es aussieht, 40% die Lebenspunkte und 40% Schild ab. Ja, und vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler-Tipp. Gerade bei der Fähigkeit, wo ich sage, oh, das kann man bestimmt mit Stärke erhöhen. Nein, kann man nicht. Man kann leider die Reichweite, beziehungsweise die Größe sozusagen von der Menge von Gegnern, die man treffen kann, als auch die Menge, die man dann abzieht, jetzt nicht in der Form verändern. Auch nur die Duration, also so lang quasi immer nach vorne schnell damit, das kann man höchstens verändern. Schade eigentlich. Gut, was haben wir aber sonst noch hier unten gerade? Nämlich The Dance Makaber. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die ich am Anfang nicht unbedingt richtig benutzt habe. Denn man kann diese Fähigkeit aufpowern noch zusätzlich, während mal wie eine Art Todesbrummkreisel sich am Drehen ist. Und das ist tatsächlich mal nicht unbedingt verkehrt. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt weiß, ist dieses hier. Dieses mit dem Radius und mit dem Boosted-Radius. Die beiden Sachen machen meinen Augen keinen Sinn, wenn wir reden von 0,1 bis 0,2 Meter. Und diese Fähigkeit hat definitiv eine höhere Reichweite als das. Dabei jetzt nicht genau was, was das hier heißen soll. Vielleicht ist es Komma, steht falsch. Wie immer sein soll. Standardmäßig drehen wir uns also im Kreis und produzieren bei den Gegnern um uns herum 1.250 Schaden. Und wenn wir das aufpowern sollten, was wir mit der linken Maus, was wir tun können, geht das rauf bis 2.500 Schaden. Allerdings verbrauchen wir dabei auch viel mehr Energie. Deswegen ist das so eine Sache für sich. Und was haben wir ja sonst noch gerade? Achso, ja, wir tun auch die Status-Chance tatsächlich erhöhen und den Schaden. Also nicht nur das andere. Und ansonsten... Genau, wir tun, wenn wir Gegner so abmurksen, eben auch Drops fallen lassen von den Typen, die wir killen. Und die geben uns Overshell, diese Sachen, die da fallen. Okay, lange genug erzählt. Lass uns endlich gucken, wie das aussieht. Beziehungsweise, ich habe hier natürlich, wie gesagt, ein bisschen was getan. Im Endeffekt habe ich alle Werte auf Plus getan. Also ein bisschen mehr Zeit, Reichweite höher, ein bisschen billiger alles gemacht, als auch die Stärke erhöht. Einfach alles mehr oder weniger Plus getan. Dann müssen wir auf die Skilling jetzt nicht weiter eingehen. Aber so, wenn ich einen neuen Warframe kriege, will ich erstmal alles im Plus haben, nochmal zu gucken, was am Ende des Tages sich ein bisschen mehr lohnt. Und naja, es gibt genug Sachen, die profitieren könnten davon. Vor allem die Stärke auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch die Stärke. So, da habe ich uns mal ein paar Gegner beschworen, damit wir uns mal alles ausprobieren können. Das sind jetzt gerne an der Stufe 50. Und wie ihr schon rum sehen könnt, ich habe sehr, sehr viel mehr Schild als Lebenspunkte. Und ich habe beide Sachen halt drin. Mit dem Bonus von Vitality, als auch Redirection. Also weiß man, 440% Bonus. Oh Gott, jetzt muss ich wirklich mal in Deckung gehen. 440% eben Bonus von Lebenspunkte und maximaler Schild. Deswegen ist immer schon deutlich, ja, ist vielleicht eine gute Idee, nicht zu sterben. Und vielleicht mal schnell als Wand durch die Landschaft zu ziehen. So, gehen wir gerade in Deckung. Ich habe sie alle umgeschmissen. Ich muss meine erste Fähigkeit, mal Leute umzudrehen. Und zack. Ja, jetzt haben wir jemanden, der für uns kämpft. Jetzt haben wir sogar schon zwei, die für uns kämpfen. Und, Moment, wie viele sind sie jetzt eigentlich? Davon kämpfen noch welche. Davon sind welche noch nicht übernommen worden. Und das ist meine kleine private Armee. Jetzt sehen wir es unten. Ja, es hat wirklich eine Zeiteingabe. Diese ganze Übernehmerei hält nur insgesamt 30 Sekunden. Gut zu wissen. Aber das Schöne ist auch, die Typen kämpfen natürlich mit ihrer jetzigen Stärke als auch für uns. Jetzt müssen wir noch aufpassen, weil die nicht gekillt werden am Ende des Tages. Aber das ist schon insgesamt gesehen gar nicht unbedingt schlecht. Natürlich können wir jetzt auch eben hier dieses Reef benutzen über unsere eigenen Typen. Tun wir mal kurz darüber. Und wir haben natürlich jetzt jede Menge Überschild sozusagen bekommen. Und die Typen haben auch jede Menge Schaden dafür gekriegt. Jetzt muss ich erstmal in Deckung laufen, weil die Zeit ist abgelaufen, war es im Sinne des Wortes. So, probieren wir nochmal die Fähigkeit. Zack. Hier haben wir ja jemanden übernommen. Derjenige haut wieder um sich. Und weil er um sich schlägt und den anderen Schaden macht, wird er halt andere umdrehen für uns. Und schon wird unsere Armee immer größer, größer und größer, wie es sich gehört. Ich tue mal gerade die Zweierfähigkeit rein, damit wir das auch mal gesehen haben. Jawohl, wunderbar. Weil jetzt habe ich nämlich diese Art Schutzschemia am Laufen. Und jeder Typ, der mich angreift, wird erstmal betäubt für ein paar Sekunden. Und wenn ich jetzt noch eine Fähigkeit drauf benutzen sollte, was ich gerade nicht kann, dann müsste ich ihn eigentlich umdrehen. Aber von abgesehen benutzen wir nochmal gerade Reef. Springen da durch und saugen sie fies aus, wie es sich gehört. Und wenn wir sie abmurksen sollen, was wir jetzt auch mit den neuen Waffen mal gerade tun. Ja, Beamer-Attacke. Toast. Allerdings haben wir natürlich noch nicht die Typen verwandelt gehabt. Müssen wir gerade nochmal machen. Denn diesen Effekt auf den Boden machen wir natürlich nur dann bei den Gegnern, wenn die unsere Kontrolle waren. So wie jetzt gerade. Und die Gegner, die da reinlaufen würden, was sie nicht gerade tun, haben natürlich dann ein bisschen verloren. Ja, so sieht diese Säule in Anführungsstrichen aus von dieser Energie. Und da kann man auf jeden Fall schon ein bisschen Blödsinn mit anstellen. So weit also, so gut. Wir können also eine Armee produzieren, die für uns in Zeit lang kämpft. Ich meine, in Zeit lang kann man für Ruhe sorgen, wenn man jemanden mal auf den Boden aufheben will. Alles in allem gesehen. Und wie es aussieht, hat jeder auch seinen eigenen Timer. Und wie jetzt hier dieses Schrotgewehr. Das ist tatsächlich ziemlich fies. Das ist wirklich gar nicht verkehrt, möchte ich mal gerade sagen. Das war aber gerade hier über den Haufen, das wollen wir auch ein bisschen besser gleich sehen. Ja, wie ihr seht, ich lade so schnell nach, das kriegt die gar nicht mit sozusagen. Und das ist einfach nur unglaublich fett. Wie eine Art konzentrierter Flammenwerfer, kann man beinahe sagen. Hat mich ein bisschen an dessen, die gerade auch von den Necrons erinnern. Aber ja, großartiges Teil. Und jetzt werde ich sagen, wie kann dieses Ding noch besser werden? Gar kein Problem. So, das wäre jetzt erstmal, was ich reingetan hätte in die Knarre. Dann natürlich Primed Point Blank oder auch Primed aus nächster Nähe. Wegen dem Schaden, Basisschaden muss man natürlich haben. Natürlich dann Hellschammer oder auch Höllenkammer für den Multishot. Und natürlich dann Blaze oder auch Stichflamme wegen Basisschaden und Feuerschaden. Und dieser Feuerschaden geht auch mehr oder weniger direkt in die Berechnung von dem radioaktiven Schaden, der Standardmensch der Waffe mit rein. Also da kann man leider nichts anderes mit mischen gehen. Ansonsten habe ich jetzt einfach nur gesagt, okay, da will ich halt noch ein bisschen Giftschaden machen und ein bisschen elektrischer Schaden. Weil eigentlich wollte ich Korrosiv mischen gehen, was natürlich offensichtlich damit nicht wirklich geklappt hat, weil der elektrische Schaden natürlich sofort in die Radioaktivität mit reingegangen ist. Wie dem auch gerade aber mal sei, das heißt mal, wir müssten da was austauschen gehen. Kann das sein? Ja, wisst ihr was, wir machen auch mal gerade was anderes. Wir machen jetzt richtig viel, wo haben wir es nochmal? Genau, wir machen einfach noch mehr Feuerschaden, noch mehr Feuerschaden. So, jetzt haben wir keinen Toxizschaden mehr, sondern nur noch jede Menge Radioaktivität an Schaden. Gut, aber welcher Mod meine ich jetzt wirklich, der da unbedingt rein müsste, damit die Waffe noch ein bisschen interessanter wird? Und zwar nämlich dieser hier. Vicious Spread oder auch bösartige Streuung. Ja, das ist so ein Mod, den man eben aus den Orken-Wrack-Missionen zwischendurch da rauskriegt, weil er ist im Endeffekt ein Mod, der nachteilig ist. Ja, weil Spread will man normalerweise im Schrotgewehr nicht haben, weil es eigentlich schlecht war. Es ist eine Streuung, schlicht greift die Streuung. Und natürlich der Basisschaden-Buff ist toll mit 90%, das ist schön. Aber passt mal auf, wenn ich mit der Waffe jetzt anfange zu schießen. Ja, das seht ihr richtig. Ihr habt ein Feld vorne am Laufen. Man kann es vielleicht kaum hier richtig erkennen. Am besten, ich brauche ein paar Gegner. So, da vorne sind die fiesen Gunner wieder. Ich packe mein Schild aus, damit ich nicht direkt geklackt werde hier. Wenn sie mich jetzt angreifen, werden sie jetzt mal kurz betäubt. Und dann schieße ich jetzt mal auf sie und seht, ich kann ganze Gruppen treffen. Und zwar nicht auf einer Seite nur, sondern komplett. Ein ganzes Feld. Ich kann felderweise Gegner mitbeschießen. Wie finster ist das? Ich finde das total toll. Natürlich ist das Schaden jetzt ein bisschen geringer, als wenn ich fokussiert, gerade wegen dem Multishot natürlich, fokussiert alles auf einem Punkt quasi hätte. Aber trotzdem ist das schon schweinegal, finde ich. Vor allem, wenn man dicht genug dran steht, dann ist auch diese Streuung irrelevant, weil, naja, auf Point Blank oder eben aus nächster Nähe sozusagen, kann man nicht wirklich mit den ganzen Schüssen vorbeischießen. Aber das ist toll. Wirklich, da kann man ganze Gänge quasi mit einäschern im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist absolut, absolut finster, das Teil. Absolut toll, absolut toll. Es verbraucht nur schrecklich viel Munition, sage ich jetzt schon. Wer das Ding am Stück ein bisschen benutzen wollt, das Ding verbraucht Munition, da wird einem ja schlecht. So, und das wäre übrigens der sekundäre Feuermodus, und zwar das hier. Aufladen und kaboom. Ja, wir schießen Granaten ab. Geht sich gehört. Die auch gar nicht so schlecht Schaden waren, habe ich schon festgestellt. Nur, wie gesagt, die Dinger können eben auch einem selber Schaden machen. Und dann wird die Sache nämlich plötzlich sehr, sehr eng, habe ich festgestellt. Und auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich kann das Ding doch nicht halten. Ich habe hier irgendwie in Erinnerung gehabt, wo ich es letztes Mal probiert habe, dass ich hier mit der aufgeladenen Waffe rumlaufen hätte können. Aber nein, wenn wir so weit wir maximal aufgeladen haben, tun wir eben sofort die Granaten auch abfeuern. In dem Zusammenhang sollte man vielleicht noch zusätzlich sagen, die Granaten streuen normalerweise nicht so, aber das ist eben wegen dem, äh, ja, wegen dem Streuschuss-Mord. Deswegen streuen die Granaten gerade so. Das ist halt dafür, dass wir eben genug Leute auf einmal treffen können. Aber ja, ansonsten sind die Granaten schon nicht unbedingt verkehrt. Wobei jetzt, so wie sie jetzt sind, fast schon ein bisschen gefährlich. Wobei es sieht toll aus, wenn die Typen so auseinandergeflüttelt werden ein bisschen. Das ist irgendwie schon cool. Puff. Oh, jetzt. Wisst ihr was? Jetzt habe ich eine Fähigkeit völlig unterschlagen. Lass uns die mal gleich mal auspacken. Weil die letzte Fähigkeit muss ich natürlich noch zeigen. Und das wäre Hilly hier. Wir sind der Todesbrummenkreise. Und ich kann das noch aufladen. Damit die Strahlen noch dicker werden. Du kannst natürlich noch weiter rumdrehen in der Zeit und rumwegen. ja wie ihr seht das ist das vielleicht ein bisschen sehr und allgemein muss man ganz ehrlich sagen diese fähigkeit ist ein bisschen überzogen krass auch optisch gesehen und gerade weil das eine konzentrationsfähigkeit ist welche fast geneigt zu sagen vielleicht sollte man vielleicht da wirklich mal primed flow oder prime fluss mal rein tun weil wenn ich jetzt die fähigkeit noch mal wie gesagt noch mal starte durch kann ich einfach so rumlaufen damit es geht oder wir können natürlich auch hier diese andere fähigkeit benutzen ein bisschen gas zu geben um schnell woanders hinzukommen wir können nämlich so nicht springen deswegen ist die andere fähigkeit nicht unbedingt schlecht aber dieses gas geben davon ist absolut krank und verbrauch energie dafür da wird einem absolut schlecht bei wie gesagt ein bisschen mehr maximale energie haben glaube ich ist bei dem teil absolut sinnig so und das wäre jetzt auch die mods die ich eben in den warfilm reingetaggert hat nein das ist keine empfehlung nein 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 auf gar keinen fall ist einfach nur was ich mal reingeschmissen habe weil ich es mal testen wollte und natürlich und ja weil es gerade die standard polarisierung ist habe ich jetzt mal energy siphon reingetan oder energieregeneration weil bis energie mehr kriegen zwischendurch nicht verkehrt wobei so schnell wie der kollege die energie verbraucht ist das fast überflüssig man müsste das eigentlich umformen beinahe schon für was anderes natürlich habe ich reichweite reingetan also ausdehnung oder auch stretch oder ebenso sachen wie auger reach oder auger reichweite glaube ich heißt es einfach nur damit das bisschen weiter kommt das ganze dann streamline oder stromlinien damit die sache ein bisschen billiger alles wird dann natürlich transient fortitude eben flüchtige stärke damit man einfach ein bisschen noch mehr power rauskriegen aus dem kollegen dafür aber von der zeit her ein bisschen runterkommen und gerade wegen zeit runterkommen ich habe natürlich dann prime continuity oder prime kontinuität reingetan damit wir haben zeit plus kriegen und die beiden mods habe ich reingetan nur als test eigentlich weil ich es wissen wollte und zwar vitalität auf maximaler stufe und dieses redirection eben für schild und lebenspunkte auf maximum zu kriegen und mit diesen beiden mods drin muss man sagen kommt er gerade man nur mit den lebenspunkten auf 740 das ist für die meisten warframes noch okay aber mittlerweile ist mir doch ein bisschen verwöhnt dass viele warframes sich rauskommen so ein bisschen zu knappe die 1000 lebenspunkte haben dafür aber ein schild eben wenn man den video direkt reintut von 1665 und ja da sieht man auch warum das vielleicht sinn macht dass der typ alle leute zu boden schmeißt soll sein schild weg sein das hat man nach motto so als hinweis alter du bist gleich stot wenn du nicht aufpasst vor allem wenn man jetzt auf die idee kommt zu sagen ich brauche keine vitalität und tu nur schild rein hat man schon 300 lebenspunkte wie die sache sehr schnell sehr knapp aber wie gesagt er hat ja genug fähigkeiten eigentlich um gegner zu betäuben umzudrehen und für sich kämpfen zu lassen nur er muss ein bisschen aufpassen denke ich mir muss wirklich ein bisschen aufpassen war rüstung nur von 105 also erhält natürlich ein bisschen schaden ab aber jetzt so die mörder menge ist das auch schon wieder nicht wobei jetzt kann ich aber gerade diesen prime fluss reintun ja jetzt mal 531 energie das ist das ist vielleicht gar nicht unbedingt verkehrt nur weil ich es gerade kann ich brauche natürlich noch mal die 4 rein und dann laden wir das mal auf probieren es dann schaden macht das ding ok aber das schnippelt ihr aber schnell weg kann man ja noch sagen dass das stimmt wirklich schnell weg das schnippelt wirklich gut weg nice nice aber wie ihr schon seht es sind sehr viele effekte die hier so am start sind und gerade ich meine die strahlen an sich ist kein problem aber da gibt es noch ein paar andere partikel effekte wie ihr seht gerade die andere hand die das ohne produziert und das macht absolut ein kirre gerade wenn ihr ein bisschen weiter weg steht seht ihr vielleicht am rand ganz außen tun so linien durch die luft wedeln und wenn ihr nicht derjenige warfram seid der das gerade benutzt habt den eindruck dass ihr zwischendurch da absoluten herzkasper am kriegen seid weil ihr ständig zwischendurch so kurze flacke der linien in der luft seht apropos linien in der luft wenn ihr übrigens diesen supermover benutzen seid der ganze schaden den ihr dann derzeit bekommt da kommt übrigens bonus schaden noch mal oben drauf den ihr gerade machen seid und dieses geflacke kann einem schon sehr auf den keks gehen da muss man vielleicht vielleicht noch was tun mit dem hotfix weil ich bin mir nicht sicher dass für leute die epilepsie haben unbedingt eine gute sache ist wobei da könnte ich jetzt sagen dass das spiel generell nicht unbedingt gut ist für die epilepsie haben wir ihnen davor so aber würde ich jetzt abschließend zu kollegen sagen der ist phasenweise unglaublich fett und natürlich dieses übernehmen von gegner ist auch sehr cool gerade wenn die level von den gegnern mal höher werden wird das unglaublich interessant weil gegner die für einen selber kämpfen ist natürlich sehr sehr cool und vor allem wenn die umfahren und tot sind sagt man sich naja war ja eh nicht meiner im wahrsten des wortes und natürlich kann man auch ein bisschen helfen den abzumurksen um eben ihnen so eine schadenssäule umzuwandeln was auf hohen stufen zwar irrelevant ist aber naja wenigstens ein bisschen effekte rausholen ist ja nicht unbedingt verkehrt und vor allem mit dem ultimate durch die leute umzunutzen dann wer wieder ein schild kriegt ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht aber damit muss ich auch ein bisschen testen und wenn ich mal was gutes mir überlegt habe wo ich sage dann oh das muss die welt mal erfahren dann werdet ihr wahrscheinlich hierzu noch mal extra video kriegen und am besten wir ich höre jetzt auf zu sabbeln und wir gucken ganz schnell mal wie überhaupt das startet den kollegen überhaupt zu fahren weil wie gesagt das ist ja nicht wirklich eine questbreie dabei schritt nummer eins wir besuchen als allererstes mal zettos so ich bin jetzt aufgebrochen und dann ist der gute nackack den der ein oder andere von euch bestimmt noch kennen wird und er wird euch eben ein gegenstand andrehen und oben drüber seht ihr auch schon dass das eigentlich ein questmarker ist obwohl ich keine questen in irgendeiner form gestartet habe zumindest im kodex gibt es keine quest aber ja als eigentlich der hinweis dafür dass bei ihm etwas gibt und den typen könnte übrigens finden wenn ihr also da hinten das tor ist zu den plugins auf eidelen dann müsst ihr euch quasi nur umdrehen und bei diesem größeren ich sag mal padegrude oder zelt teilgebäude euch ein bisschen rechts halten neben dem gang und dann steht der kollege eigentlich schon direkt hier und dieser kollege dieser kollege wird euch eine extra option anbieten mit ihm zu sprechen das werden wir diesem video aber noch nicht tun nein das werden wir nicht tun das mache ich dann mal ein extra video das mal das mal am stück gesehen haben weil dummerweise muss man vieles was wir bei ihm machen müssen nämlich in der nacht tun und vor allem teilweise auch in den planes aber ja diese maske die ihr vielleicht schon mal erwerben müsst bei ihm müsst ihr übrigens bei eurem operator auch anziehen danach aber wisst ihr was darauf kleben wir gleich noch ein bisschen genauer ein für die leute diesen in anführungsstrichen ein bisschen spoilern lassen wollen weil das wird nämlich ziemlich ausführlich eben auch in den patch details beschrieben und deswegen würde ich mal sagen auf auf gucken wir uns mal endlich den patch selber an so jetzt wäre ich mal rüber gewechselt in das forum zum update 23 5 0 the mask of the revenant und ja am besten werde ich gleich weil ich nämlich ein bisschen was spoilern werde hier weil nämlich hier gleich was erklärt wird direkt am anfang gerade wie an den kollegen drankommen könnt und wenn ihr das nicht hören oder wissen wollt dann tue ich jetzt gleich ein spoiler warnung quasi euch auf dem bildschirm hintackern und sobald die solange die da ist sozusagen erzähle ich was eben was ihr vielleicht nicht hören wollt und sobald dieser hinweis weg ist dann erzähle ich wieder andere sachen vom update die sonst noch passiert sind ist das eine gute idee ja ich denke es ist eine gute idee das heißt man wollten bevor es aber mit dem spoilern losgeht eine sache müsst ihr auf jeden fall schon mal mitschleppen ihr müsst bei den quilts ja müsst ihr den rang observer haben das ist jetzt nicht wirklich ein spoiler das ist einfach eine grundvoraussetzung für die questreihe und zwar rang 2 wäre das für leute die nicht wissen wer die quilts in den planes of island oder vielleicht noch keinen operator haben wer nicht weiß wer das ist kein problem die ganze revenant ist für euch erstmal geschichte weil ihr müsst erst beim sonnensystem so lange herumgammeln bis ihr den second dream also den zweiten traum gemacht habt mit gewissen anderen quest die danach kommt und wenn ihr damit überall durch seid mit dem ganzen erst dann wird die sache hier in cetos auch wieder für euch interessanter weil dann habt ihr erst zugang überhaupt zu den quilts hm also keine panik falls ihr jetzt irgendwie überhaupt nicht da dran kommt und nicht wisst wer die quilts sind dann kommt ihr wahrscheinlich noch überhaupt nicht an den kollegen dran aber für die leute die eben bei den quilts vielleicht schon ein bisschen was getan haben und genau wissen was ein operator ist für die wird es jetzt interessant und deswegen gehe ich auch weiter und jetzt kommt es eben zu den spoilern was ihr alles machen müsst um an den kollegen dran zu kommen so und dann käme wir eben zum spoiler anteil des videos wie gesagt wenn jetzt ihr die symbolen in der Ecke seht dann solltet ihr vielleicht jetzt nicht weiter zuhören weil ihr vielleicht das selber im spiel einfach erleben wollt wichtig ist vielleicht an der stelle es wird hier nichts von dem lore gespoilert was wir erleben werden innerhalb der geschichte aber wir werden eben den ablauf der quest eben erfahren darum geht es jetzt quasi eigentlich nur und ja für vielleicht ist nicht mehr lassen wollen ist eben auf eigene gefahr die lesen jetzt weiter aber hey gar kein problem dafür bin ich ja da so spoiler los also als erstes natürlich der hinweis eben ihr müsstet observer sagen bei den quilts aber das habe ich eben schon mal gemeint gar kein problem das rang 2 gut der erste schritt wäre also gewesen wir müssen nach nach nakak gehen eben ins hitos müssten dort diese maske haben müssten dort über die option eben des textes was wir eben sehen konnten und müssten dann auch diese maske eben equipt haben okay das können wir auch ins hitos tun müssen nicht aufs schiff direkt dafür zurückkehren dann der zweite schritt wäre wir müssten in die plains of island gehen mit dieser maske auf unseren operator equipt und dort müsste man einem gewissen markiertem gebiet ein item finden gehen und so ein schnitzel ja quasi und die informationen dafür kriegen wir gegen schmer von nakak ein stück weit durch dialoge eben ja mitgeteilt gut dass hier auch nichts als uns weiter hierzu erzählt wird und der dritte schritt wäre dann sofern wir eben diesen gegenstand gefunden haben müssen wir nach zesos zurückkehren und mit konso reden und dann müssten wir dann eben bounties auswählen von bord wo eben relevant blueprints droppen würden also wie immer systeme helm und chasse nicht wahr sollten wir diese bounties beendet haben und diese blueprints auch erhalten haben geht es halt weiter dass wir die ganze sache noch bauen müssen achja falls ihr natürlich aus dieser einen bounty jetzt logischerweise diese die blueprints eben nicht bekommen habt die dort angegeben ist müsst ihr diese logischerweise nochmal machen also ihr müsst also solange diese ja bounties dort in cdws halt abschließen bis ihr eben alles zusammen habt ich bin mir nicht ganz sicher ob diese bounties auch in der nacht dann nur zu beenden wären was natürlich ein bisschen blöd für die leute jetzt die sentience farm gehen wollen aber wie dem auch sei gerade okay das ist aber auch ein wichtiger schritt wir müssen also wirklich die mission jeweils machen alle teile zusammen kriegen und an unserer foundry eben an unserer schmiede eben bauen gut diese ganzen schritte sollen natürlich durchgehen bis wir alle teile zusammen haben und dann geht es halt los mit dem das ist jetzt so ein hinweis wo ich mich frage ob sie mich beleidigen wollen weil hier nämlich steht von wegen ja den dann die gegenstand von dem revenant muss natürlich ein anderer sein als den den man schon fertig hatte dann habe ich mir jetzt irgendwie auch gedacht das heißt du sollst jetzt nicht dreimal ein helm bauen sondern du sollst natürlich einmal ein helm einmal chassi und einmal systeme bauen aber mein gott sicherheitshalber mal erwähnt haben mein gott gibt es schlimmeres aber ich finde es trotzdem ein bisschen albern dass es da extra dabei schreiben und der sechste schritt wäre eben ja wir müssten mal wieder in die plains of island gehen müssten wieder mal diese maske equippt haben von unserem operator und müsste eben zu gewissem gebiet laufen dort kriegen wir noch einen hinweis zu einem anderen gebiet wo wir wieder ein gegenstand sammeln müssen mit den hinweisen von nagak mensch schnitzeljagd deluxe würde ich mal auch einfach das ganze hier nennen und wenn wir das ganze gemacht haben kriegen wir endlich auch den blueprint vom revenant eben selbst und wir sind fertig um die sache vielleicht ganz kurz zusammenzufassen also wir gehen am anfang mit der maske hin um gegenstand zu sammeln müssen damit zu konsum gehen der gibt uns dann möglichkeiten diese blueprint teile zu farmen also jetzt helm chassi und systeme wenn wir das ganze zusammen haben und vor allem gebaut haben gehen wir noch mal in die plains in die nacht und müssen dann eben noch einen gegenstand sammeln und den abgeben und dann kriegen wir endlich auch die blueprints für den kollegen das hätte aber auch viel kürzer was schreiben können oder wie ich es gerade gesagt habe oder eigentlich schon naja wie die muss sein die quest werde ich auf jeden fall auch mal komplett durchspielen weil ich irgendwann mal hören will was denn nagak so alles erzählt da ist ja irgendwie weil die sagen ja doch dass es da lore mäßig ein bisschen was zu hören gibt deswegen tue ich mir das auf jeden fall auch mal geben gut gehen wir ein bisschen weiter nach hier unten ja hier haben wir noch schon ein schönes bild eben vom revenant selbst im regen stehend in den plains schön schön dann natürlich der revenant selbst die fähigkeiten habe ich alle mehr oder weniger schon was zu erzählt außer oh oh hier unten steht natürlich noch eine kleinigkeit die vielleicht nicht uninteressant ist und zwar was jetzt dieses dance makaber genau tut weil der rest war mir mehr oder weniger klar ehrlich gesagt nur bei dance makaber habe ich zwischendurch eben ja prox gesehen von statuseffekten und ich wollte mal gerne wissen was das ist so wie das aussieht ist es korrosivschaden magnetischer schaden und gas schaden den quasi der ultimate machen kann mit einer status chance normalerweise von 20 prozent das ist ganz das ist ganz okay würde ich mal sagen und man kann das eben weiter erhöhen wenn man die lenkte maustaste gedrückt hat ja okay okay so und dann kommen wir langsam zu den restlichen sachen die noch im update passiert wären und zwar folgendes wir haben vom guten klemmen sozusagen ein greener themed ui gekriegt also ein user interface jetzt mit den mit den farben von guten klemmen was nicht unbedingt verkehrt sein muss dann noch ein paar sachen wegen diversen händlern quasi so ein paar watermarks so ein paar wasserzeichen weil jetzt nicht ob man die unbedingt gebraucht hat wie dem auch gerade sei ansonsten noch ein paar tweaks im hintergrund ah ja framefighter oh jetzt wird es wichtig ist da irgendwas senderzündnis passiert dass man endlich das vielleicht mal besser spielen kann okay man kann sich jetzt nicht mehr bewegen wenn man sich duckt war das möglich okay lassen wir mal so stehen mit den worten haben die schon mal ein fightingspiel gespielt feierzeichen weil bei den meisten davon wenn man sich duckt kann man sich nicht wirklich bewegen aber wie dem auch sagt sei da gibt es eine riesenlange liste die sachen die passiert sind werde ich danach mal genauer mir nochmal reinziehen ob das jetzt besser spielbar ist ich halte aber noch sehr viele gerüchte dass es jetzt perfekt läuft deswegen warte ich mal ab dass der eine oder andere patch oder update da rüber gezogen ist und dann bei framefighter vielleicht irgendwann da haben wo es wirklich mal interessant wird aber ich glaube nicht dass jetzt diese änderungen hier stattgefunden haben die sache jetzt wirklich behoben haben die meisten sachen so so kleinigkeiten so dass komas spezial sachen irgendwie nicht ganz funktioniert haben und so geschichten deswegen lassen wir da mal also stehen dann direct x 10 und direct x 11 changes oh jetzt geht es los glaube ich fast ich meine die sachen sind eigentlich sehr übersichtlich ich meine davon abgesehen dass es diverse crashes scheinbar gab bei gewissen shadern waren die andere sachen dann wieder die optimisierung als auch weniger speicher die wir brauchen für die klamotten was an sich immer eine gute sache ist in meinen augen so dann ansonsten localization improvements dass da irgendwas wichtiges gerade passiert rechtschreibfehler und sowas für die leute ja gut localization das ist natürlich für die leute interessant die das spiel außerhalb von englisch spielen wahrscheinlich weil dort wurde eben gerade wie war das besser syntax und terminologie und ja grammatische fehler wurden beseitigt wo ich sag mir ein bisschen wie sinnig und richtig aber was soll's dann natürlich zu fixen ist irgendwas sonstiges wichtiges gerade passiert ist auch gar nicht so viel muss man ganz ehrlich sagen ich kann gar nicht so weit scrollen unbedingt okay da gab es schon mal wenn man gewisse waffen benutzt hat ist das spiel gecrashed das muss auch nicht unbedingt sein gerade nämlich die neue die scuffold hier diese wat fad scuffold ich meine mich zu sehr zu ändern dass eine der ist es nicht einer der neuen einen neuen amp teile die wir hier freischalten konnten letztes mal naja also von der operator so eine waffe meine ich wäre das gewesen dass das auch neuer gewesen okay das ist aber sonst alles mehr oder weniger voll egal kleinere fixe soundgeschichten anzeigefehler ne ich sehe jetzt noch nichts was wirklich sensationell wichtig wäre okay wieder mal ein Hinweis zum dark wind mensch seltenheit ist man auch ein dark wind nochmal sehen und zwar wurde das gefixt dass der dark wind nicht immer in der luft stehen bleibt wenn der pilot gestorben ist naja gut das ist jetzt aber nicht wirklich dramatisch wichtig ist in meinen augen und ich habe irgendwie oh ja richtig hier unten genau die prisma twin gremlins ist nun handelbar ausgezeichnet und zugeletzt nochmal oh das ding hat nicht den richtigen schaden gemacht im conclave wahrscheinlich zu viel sonst würden sie es nicht so schnell fixen so und damit wären wir am ende der patch notes auch schon angekommen so und damit sage ich mal wieder danke fürs bei euch schon zuhören das war mein kat 3 und ja dann wünsche ich jedem viel erfolg bei der schnitzeljagte in den planen so weit eben für den guten revenant weil der wirkt eigentlich sehr unterhaltsam wie gesagt ich kann mir vorstellen dass er gerade wenn die stufen erstmal höher werden dass er tatsächlich sogar besser erst wird gerade weil er eben dann auch die höherstufigen gegner anfängt eben für sich umzudrehen auch wenn manche seiner fähigkeiten dann wahrscheinlich ein bisschen wieder schlechter sind zum beispiel diese dass er jetzt gegner eben in diese sentient feuer ja ich sag jetzt mal feuer aber zu diesen schadenssäulen umbaut ich kann mir vorstellen dass er auf hohen stufen uninteressant wird aber dafür eben generell das übernehmen der gegner auf jeden fall sehr viel interessanter dafür wird ein interessanter warframe muss ich ganz ehrlich sagen interessanter warframe und sehen uns dann bald wieder wenn ihr wollt wenn ich eben anfange von dem guten kollegen eben seine nicht quest durchzuspielen aber wenn es mal diese ganzen schnitzeljagden da auch mal live von on air beziehungsweise in der form von video halt mal gesehen haben bis zum tagen also und ciao bis zum tagen